Was meine Vaterstadt an der Saale betrifft, so sei der Ausländer bedeutet, dass sie etwas südlich von Halle gegen das Thüringische hingelegen ist. Fast hätte ich gesagt, dass sie dort gelegen habe, denn durch langes Entferntsein von ihr ist sie mir in die Vergangenheit entrückt. Aber ihre Türme erheben sich ja noch immer am selben Platz und ich wüsste nicht, dass bis jetzt ihr architektonisches Bild durch die Unbilden des Luftkrieges irgendwelchen Schaden erlitten hätte, was um seiner historischen Reize willen auch im höchsten Grade bedauerlich wäre. Mit einer gewissen Gelassenheit füge ich dies hinzu, denn mit einem nicht geringen Teil unserer Bevölkerung, auch der am schwersten Betroffenen und heimatlos Gemachten, teile ich die Empfindung, dass wir nur empfangen, was wir ausgeteilt haben. Und sollten wir schrecklicher büßen, als wir gesündigt haben, so mag uns das Wort in den Ohren klingen, dass wer da Wind sät, Sturm ernten wird. Weder Halle selbst, die Händelstadt, noch Leipzig, die Stadt des Thomaskantors, noch Weimar oder selbst Dessau und Magdeburg sind also fern, aber Kaisers Aschern, ein Bahnknotenpunkt, ist mit seinen 27.000 Einwohnern durchaus sich selbst genug und fühlt sich wie jede deutsche Stadt als ein Kulturzentrum von geschichtlicher Eigenwürde. Es nähert sich von verschiedenen Industrien wie Maschinen, Leder, Spinnereien, Armaturen, Chemikalien und Mühlen und besitzt zu seinem kulturhistorischen Museum, das eine Kammer mit krassen Folterinstrumenten aufweist, noch eine sehr schätzenswerte Bibliothek von 25.000 Bänden und 5.000 Handschriften, darunter zwei alliterierende Zaubersprüche, die von einigen Gelehrten für noch älter erachtet werden als die Merseburger. Übrigens recht harmlos nach ihrer Bedeutung, nichts als ein wenig Regenzauber anstrebend, in Fulda Mundart. Die Stadt war Bistum im 10. Jahrhundert und wiederum vom Anfang des 12. bis ins 14. Sie hat Schloss und Dom und in diesem zeigt man das Grabmal Kaiser Ottos III., Sohnes der Adelheit und Gemahls der Theophano, der sich Imperator Romanorum und Saxonicus nannte. Aber nicht, weil er ein Sachse sein wollte, sondern in dem Sinne, wie Scipio den Beinamen Afrikanus führte, also weil er die Sachsen besiegt hatte. Als er im Jahre 1002 nach seiner Vertreibung aus dem geliebten Rom in Kummer gestorben war, wurden seine Reste nach Deutschland gebracht und im Dom von Kaisers Aschern beigesetzt. Sehr gegen seinen Geschmack, denn er war das Musterbeispiel deutscher Selbstantipathie und hatte sein Leben lang unter seinem Deutschtum gelitten. Es ist über die Stadt, von der ich nun doch lieber in der Vergangenheit spreche, da es ja das Kaisers Aschern unseres Jugenderlebnis ist, von dem ich rede. Es ist von der Stadt zu sagen, dass sie atmosphärisch, wie schon in ihrem äußeren Bilde, etwas stark Mittelalterliches bewahrt hatte. Die alten Kirchen, die treulich konservierten Bürgerhäuser und Speicher, Bauten mit offensichtbarem Holzgebälk und überhängenden Stockwerken, Rundtürme mit Spitzdächern in einer Mauer, baumbestandene Plätze mit Katzenköpfen gepflastert, ein Rathaus im Baucharakter Zwischengutig und Renaissance schwebend, mit einem Glockenturm auf dem hohen Dach, Lodgen unter diesem und zwei weiteren Spitztürmen, welche sich erkerbildend die Front hinunter bis zum Erdgeschoss fortsetzten, dergleichen stellt für das Lebensgefühl die ununterbrochene Verbindung mit der Vergangenheit her. Mehr noch, es scheint jene berühmte Formel der Zeitlosigkeit, das scholastische Nunk-Stanz, an der Stirn zu tragen. Die Identität des Ortes, welcher derselbe ist wie vor dreihundert, vor neunhundert Jahren, behauptet sich gegen den Fluss der Zeit, der darüber hingeht, und vieles fortwährend verändert, während anderes und bildmäßig Entscheidendes, aus Pietät, das heißt aus frommem Trotz gegen die Zeit und aus Stolz auf sie zur Erinnerung und der Würde wegen stehen bleibt. Dies nur vom Stadtbilden. Aber in der Luft war etwas hängen geblieben, von der Verfassung des Menschengemütes in den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts, wie das Hysterie des ausgehenden Mittelalters, etwas von latenter seelischer Epidemie, sonderbar zu sagen von einer verständig nüchternen, modernen Stadt. Aber sie war nicht modern, sie war alt. Und alter ist Vergangenheit als Gegenwart. Eine von Gegenwart nur überlagerte Vergangenheit. Möge es gewagt klingen, aber man konnte sich denken, dass plötzlich eine Kinderzugbewegung, ein St. Veits-Tanz, das visionär-kommunistische Predigen irgendeines Hänselein mit Scheiterhaufen der Weltlichkeit, Kreuzwundererscheinungen und mystischem Herumziehen des Volkes hier ausbreche. Natürlich geschah es nicht, wie hätte es geschehen sollen. Die Polizei hätte es nicht zugelassen, im Einverständnis mit der Zeit und ihrer Ordnung. Und doch, wozu nicht alles, hat in unseren Tagen die Polizei stillgehalten. Wiederum im Einverständnis mit der Zeit, die nachgerade dergleichen sehr wohl wieder zulässt. Diese Zeit neigt ja selbst, heimlich oder auch nichts weniger als heimlich, sondern sehr bewusst, mit sonderbar selbstgefälliger Bewusstheit, die an der Echtheit und Einfall des Lebens zweifeln lässt und vielleicht eine ganz falsche, unselige Geschichtlichkeit produziert. Sie neigt, sage ich selbst, in jene Epochen zurück und wiederholt mit Enthusiasmus symbolische Handlungen, die etwas Finsteres und dem Geiste der Neuzeit ins Gesicht Schlagendes an sich haben, wie Bücherverbrennungen und anderes, woran ich lieber mit Worten nicht rühren will. Das Kennzeichen solcher altertümlich-neurotischen Untertäuftheit und seelischen Geheimdisposition einer Stadt sind die vielen Originale, Sonderlinge und harmlos Halbgeisteskranken, die in ihren Mauern leben und gleichsam wie die alten Baulichkeiten zum Ortsbilde gehören. Ihr Gegenstück bilden die Kinder, die Jungens, die hinter ihnen herziehen, sie verhöhnen und in abergläubischer Panik vor ihnen davonrennen. Ein gewisser Typus von altem Weib stand ja zu gewissen Zeiten ohne weiteres im Verdachte des Hexentums. Dieser ergab sich einfach aus einem schlimm-pittoresken Äußeren, das sich aber wohl eben unter dem Einfluss des Verdachtes erst recht ausbildete und sich ins volkstümlich Fantasiegerechte vervollkommnete, klein, greis, gebückt, tückisch von Ansehen, mit Triefaugen, Schnabelnase, dünnen Lippen, einem Krückstock, der drohend erhoben wird, womöglich im Besitz von Katzen, einer Eule, eines redenden Vogels. Kaisers Aschern umschloß immer mehrere Exemplare dieses Typs, von denen die populärste, gehänseltste und gefürchtetste die Kellerliese war, so gerufen, weil sie am kleinen Gelbgiesergang in einer Kellerwohnung hauste. Eine Alte, deren Habitus sich dem öffentlichen Vorurteil in dem Grade angepasst hatte, dass auch den ganz Ungestimmten bei der Begegnung mit ihr, besonders wenn gerade die Jugend hinter ihr her war und sie sie mit keifenden Flüchen in die Flucht trieb, ein archaisches Grauen anwandeln konnte, obgleich bestimmt nichts Unrechtes an ihr war. Hier ein ungescheutes Wort, das aus den Erfahrungen unserer Tage kommt. Für den Freund der Aufhellung behalten Wort und Begriff des Volkes selbst immer etwas archaisch, apprehensives. Und er weiß, dass man die Menge nur als Volk anzureden braucht, wenn man sie zum rückständig Bösen verleiten will. Was ist vor unseren Augen oder auch nicht just vor unseren Augen im Namen des Volkes nicht alles geschehen, was im Namen Gottes oder der Menschheit oder des Rechtes nicht wohl hätte geschehen können? Tatsache nun aber ist, dass wirklich Volk immer Volk bleibt, wenigstens in einer bestimmten Schicht seines Wesens, eben der archaischen. Und dass Leute und Nachbarn vom kleinen Gelbgießergang, die am Wahltage einen sozialdemokratischen Stimmzettel abgaben, gleichzeitig imstande waren, in der Armut eines Mütterchens, dass sich keine oberirdische Wohnung leisten konnte, etwas Dämonisches zu sehen und bei ihrer Annäherung nach ihren Kindern zu greifen, um sie vor dem bösen Blick der Hexe zu schützen. Müsste ein solches Weib wieder brennen, wie es bei leichten Veränderungen in der Begründung heute keineswegs mehr aus dem Bereich des denkbaren fällt, sie würden hinter den vom Magistrat errichteten Schranken stehen und gaffen, wahrscheinlich aber nicht revoltieren. Ich spreche vom Volk, Aber die altertümlich-volkstümliche Schicht gibt es in uns allen. Und um ganz zu reden, wie ich denke, ich halte die Religion nicht für das adäquateste Mittel, sie unter sicherem Verschluss zu halten. Dazu hilft nach meiner Meinung allein die Literatur, die humanistische Wissenschaft, das Ideal des freien und schönen Menschen. Um auf jene Sonderlingstypen von Kaisers Aschern zurückzukommen, so war da etwa noch ein Mann unbestimmten Alters, der bei jedem plötzlichen Ruf eine Art von zuckendem Tanz mit hochgezogenem Bein auszuführen, gezwungen war und mit einem traurig-hässlichen Ausdruck, als bäte er um Entschuldigung, den Gassenkindern zulächelte, die ihn johlend verfolgten. Ferner eine kostümlich ganz aus der Zeit fallende Person namens Mathilde Spiegel mit rüschenbesetztem Schleppkleid und Fladus, ein lächerliches Wort, worin das französische Flutus verderbt ist und das eigentlich wohl Schmeichelei bedeutet, hier aber eine sonderbare Lockenfrisur, nebst Kopfputz bezeichnete, ein Frauenzimmer, das geschminkt, aber fern von Unsittlichkeit, entschieden zu närrisch dazu, begleitet von Möpsen in Atlas-Schabracken in irrer Hochnäsigkeit die Stadt durchwanderte. Ein klein Rentner endlich mit purpurner Warzennase und dickem Siegelring am Zeigefinger, eigentlich schnalle mit Namen, von den Kindern jedoch tüdüdüd gerufen, weil er den Tick hatte, diesen sinnlos trällenden Laut, jedem Wort, das er sprach, hinzuzufügen. Gern ging er auf den Bahnhof und warnte, wenn ein Güterzug abging, den Mann, der auf dem rückwärtigen Dachsitz des letzten Wagens saß, mit erhobenem Siegelfinger, »Fallen Sie da nicht runter! Fallen Sie da nicht runter! Tüdüdüd!« Ich bin nicht ohne ein Gefühl des Unwürdigen, indem ich diese skurrilen Erinnerungen hier einschalte, aber die aufgeführten Figuren, öffentliche Einrichtungen sozusagen, waren so ungemein charakteristisch für das psychische Bild unserer Stadt, Adrians Lebensrahmen bis zu seinem Abgang auf die Universität, neun Jugendjahre, die auch die meinen waren und die ich an seiner Seite verbrachte. Denn, obgleich ich ihm, meinem Alter gemäß, um zwei Klassen voran war, hielten wir uns in den Unterrichtspausen auf dem ummauerten Hofe meist abgesondert von unseren beiderseitigen Kameraden zusammen, sahen einander auch nachmittags auf unserem Schülerstübchen, sei es, dass er in die Apotheke zu den seligen Boten herüberkam, oder dass ich ihn im Hause seines Ohrheims, Parochialstraße 15, besuchte, dessen Mezzanin von dem weitbekannten leverkünischen Musikinstrumentenlager eingenommen war.